Hey Leute, das ist ganz Höram. Willkommen bei WTN Germany. Großeinsatz bei Brandt in Einkaufszentrum. Mannheim, in Mannheim läuft derzeit ein Großeinsatz der Rettungskräfte, nachdem ein Feuer in einem Einkaufszentrum ausgebrochen ist. In dem Einkaufszentrum im Geraring kam es zu einer Rauchentwicklung in einem Geschäft, teilt die Polizei mit. Der Straßenverkehr rund um das Einkaufszentrum ist derzeit eingeschränkt. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr zwar unter Kontrolle gebracht werden.